Guck mal, guck mal! Wolf, bist du denn irre? Genau deswegen lieben wir den Fußball, wegen solcher unmöglichen Wendungen. Guck mal, guck mal, wir sind einfach aufgestiegen! Ich schwör's euch, wenn ich das seh, ich würd so gerne dieses Gefühl empfinden. Digga, was muss dir durch den Kopf gehen, Digga? Du, ey, das ist, ihr glaubt das nicht. Guck mal, er checkt nicht mal, dass wir aufgestiegen sind. Habt ihr gesehen, wie er sagt, sind wir aufgestiegen? Digga, ey, ich schwöre auf alles, ich weiß nicht, wenn du, ich würd's interessieren, ob die Spieler selber noch dran geglaubt haben in der 90., 91., 93., weil es stand zu dem Zeitpunkt 1-0 für Dortmund und sie hätten zwei Tore machen müssen.